Heute gibt es mal ein ganz besonderes Video. Normal habe ich immer Videos, in denen ich Dinge zum Beispiel auf Windows oder Linux erkläre. Heute wird das mal wirklich ganz anders. Das wird ein kleines Retro-Video. Inspiriert dazu hat mich ein Besuch im National Computer Museum in Pledgeley Park. Pledgeley Park sagt dem einen oder anderen vielleicht was, dort hat Alan Turing die Enigma geknackt und jedem, der mal in England ist, dem empfehle ich auch dort einen Besuch. Denn dort findet man nicht nur langweilige Computer, die man sich anschauen kann, sondern man findet dort fast ausschließlich Computer, die man auch benutzen kann, beziehungsweise die vorgeführt werden, so wie zum Beispiel die Enigma-Bombe. Was ich da aber auch gesehen habe, ist ein sogenanntes Hayes-Modem. Ihr seht hier schon zwei Modems stehen, beide von US Robotics. Das ist also kein original Hayes-Modem, aber wir benutzen hier in dem Video natürlich immer noch die Kommandos, die vom ursprünglichen Hayes-Modem kommen. Wir tauchen also in dem Video ein in die alte Modem-Technik und vielleicht erwartet ihr jetzt, dass ich damit ins Internet gehe. Das tue ich aber tatsächlich nicht. Wir machen hier was ganz anderes damit. Lasst euch mal nach dem Intro überraschen. So, diese zwei Dinge habe ich mir auf eBay Kleinanzeigen gekauft. Erstmal danke an die edlen Spender, weil die waren so günstig. Ja, das geht dann schon als Spende durch. Zum Beispiel dieses alte Modem hier, also dieses alte US Robotics Modem, das habe ich quasi geschenkt bekommen. Da musste ich tatsächlich nur die Versandkosten bezahlen. Das ist aber das Interessantere von beiden. Das etwas modernere Modell hier, auch von US Robotics, hat schon direkten USB-Anschluss. Bevor wir zu den Modems an sich und zur Technik kommen, vielleicht ein paar triviale Dinge noch oder ein paar interessante Dinge, die ich jetzt hier bei diesem US Robotics Modem festgestellt habe. Wenn ich US Robotics Modem sage, dann meine ich irgendwie intuitiv immer das hier. Ich tue das USB-Ding jetzt mal weglegen. Das ist für mich irgendwie kein richtiges Modem. Das richtige Modem ist das hier und hier habe ich eine schöne Verpackung dabei. Das war alles in einem Top-Zustand. Hier war noch Handbuch dabei, Verpackung dabei, also nichts zu meckern. US Robotics gibt es auch bis heute noch. Das heißt, die haben auch noch eine Webseite und da kann ich mir eben anschauen, ob es Treiber gibt oder welche Kommandos ich absetzen muss, um diese Modems überhaupt bedienen zu können. So, kommen wir aber zu den interessanten Sachen, die ich jetzt in der Packung gefunden habe. Zum einen ist hier eine Rechnung von Promark dabei. Ich weiß nicht, wie gut man das Ganze erkennen kann. Ich würde es euch aber auf jeden Fall mal vorlesen. Das ist aus dem Ringsender 2 in der Frankfurter Allee. Und diese Nummer, die hier drauf steht und die zu Promark gehört, die gibt es tatsächlich heute noch. Kommt man allerdings bei Medimax raus, der auch noch im Ringsender ist. Also hier ist schon mal ein bisschen Geschichte dabei, denn Promark gibt es nicht mehr. Das wurde scheinbar dann übernommen von Medimax. Auch interessant ist hier, dass die Rechnung von 2003 ist. Wenn man jetzt aufs Modem schaut, dann sieht man hier Trademark von 2001. Man sieht hier noch so ein paar Nummern. Ich kann damit jetzt erstmal nichts anfangen. Zumindest kann ich jetzt erstmal nicht auf das Baujahr hier rückschließen. Das war das eine, was ich interessant fand, dass es halt Promark nicht mehr gibt in der Form. Und das andere, was ich noch interessant fand, ist das hier. Da war eine schöne Beilage dabei von der PC-Welt. Ich versuche mal drauf scharf zu stellen. Hier kann ich PC-Welt abonnieren. Und hier gibt es tatsächlich für US-Robotics-Kunden einen Rabatt. Und ganz toll finde ich auch, das kann ich jetzt per Post schicken. Aber das kann ich auch faxen. Steht zumindest einmal hier drauf, wo die Briefmarke freigemacht werden kann. Der Aufruf zum Faxen. Mal schauen, vielleicht schicke ich dir an die Nummer ja auch nochmal einen Fax. Mal schauen, was dabei rauskommt. Steht aber auch nochmal hier irgendwo mit drin, dass man das Ganze faxen kann. Hier steht es genau ganz groß. Jetzt per Fax an diese Faxnummer. Man sieht also, dass in der Zeit Faxen noch total in Mode war. Und verwundert jetzt auch nicht weiter. Denn was habe ich denn hier? Ja, ein Fax-Modem. Wo kommen da die Blätter rein? Na gut, das ist wahrscheinlich ein Thema für ein eigenes Video. Warum das ein Fax-Modem ist, das können wir uns nochmal separat anschauen. Wir schauen uns in diesem Video ein bisschen was anderes an. So, das ist jetzt wirklich noch so ein altes Modem. Das sieht man daran, dass es keinen USB-Anschluss hat, sondern hier wirklich so einen Analog-Anschluss hat. Von denen weiß ich gar nicht mehr sicher, was das für ein Anschluss ist. Ob das ein paralleler Anschluss ist. Auf jeden Fall kommt ein serieller Anschluss auf der anderen Seite raus. Ich hole mal das Kabel. So, so sieht das Anschlusskabel aus. Und hier das Ding wäre jetzt in den PC gekommen. Und das kommt ins Modem, kommt hier also drauf. Und hier, das war so ein bisschen vielleicht der Vorläufer von USB oder einer der Vorläufer von USB. Denn es gab halt verschiedene Anschlusstechniken in der Zeit. Jetzt muss ich aber noch eins gestehen. Ich selbst bin mit dem Internet erst in Verbindung gekommen, als das Ganze schon digital war. Das hieß in meiner Zeit dann schon ISDN. Deshalb gleich die Bitte, falls ich hier ein paar Dinge durcheinander bringe, verzeiht mir das bitte. Ihr habt die Kommentarfunktion, um mich hier zu korrigieren. Denn ich bin mit diesen ganzen Technik nicht aufgewachsen und musste das jetzt alles nochmal neu lernen. Ihr habt euch jetzt vielleicht gefragt, warum stehen hier zwei Computer rum? Naja, Modems waren ursprünglich mal dazu da, zwei Computer miteinander zu verbinden. Also nicht ins Internet zu gehen, sondern eben zwei Geräte miteinander zu verbinden. Das Internet ermöglicht ja eine Verbindung von vielen Geräten zu vielen Geräten und das auch gleichzeitig und alles auf einmal. Das war früher einfach so nicht gedacht. Die ursprüngliche Modem-Technologie kommt eigentlich aus der Fernschreiber-Technik. Und Modems haben es dann möglich gemacht, über die bestehenden Telefonnetze Fernschreiben zu verschicken. Einer hat also auf einer Seite in die Tastatur gehauen und auf der anderen Seite sind Buchstaben erschienen. Diese Buchstaben sind dann teilweise nicht auf dem Bildschirm erschienen, sondern wahrscheinlich am Anfang erstmal auf Papier, nämlich auf einem Fernschreiber. Ein Stichwort dazu ist Bell 103. Das ist eines der frühen Modem-Standards oder einer der frühen Übertragungswege, die man nutzen konnte. Das sind einfach nur Töne, die ein bisschen gepiepst haben. Ein Ton hat 1 bedeutet, ein anderer Ton hat die 0 bedeutet. Und das hat man auf zwei Frequenzen gemacht und so konnte man schon Daten übertragen. Das Ganze ging dann relativ langsam mit 300 Baut pro Sekunde. Also wirklich sehr, sehr langsam. Man hat aber auch nur Symbole übertragen wollen. Wahrscheinlich war es für die damalige Zeit einfach irre schnell. Man hat also die Telefonleitung genutzt, um da nicht Stimmen und Sprache zu übertragen, sondern um einzelne Nullen zu übertragen. Dafür war ja die Telefonleitung nie gedacht gewesen. Ein Modem war damit ein Missbrauch oder ein Hack der Telefonleitung, weil es da halt bestehende Netze gab und die konnte man jetzt auf einmal gut auch für die Digitaltechnik benutzen. Also Binärtechnik, ob das jetzt schon digital war, da kann man vielleicht noch ein bisschen drüber streiten. Aber einzelne Nullen konnte man einfach übertragen. Was aus dem Modem rauskommt, sind deshalb erstmal einfach nur Töne. Thema Telefonleitung. Wie schließe ich das Ganze jetzt an? Wir schauen mal, was im Zubehör dabei war. Das erleichtert uns dann die Antwort ein bisschen. So, das ist jetzt das Kabel, das ich hier bekommen habe bei dem US-Robotik-Analog-Modem, nicht bei dem USB-Teil. Also da war einfach hier dieser TAE-Adapter für die Telefondose dabei und dieses Teil dann für das Modem. Jetzt haben wir aber ein kleines Problem, denn wir haben im Prinzip keine Telefonleitung mehr. Wenn ich das jetzt in meine Telefonleitung stecke, wird nicht viel passieren. Da werde ich keine Modem-Verbindung hinkriegen, selbst wenn ich einen Vertrag bei der Telekom hätte. Die Telekom hat mittlerweile auf All-IP-Leitungen umgestellt. Angeblich gibt es noch Gebiete, in denen die alten Telefonleitungen noch simuliert werden, aber die echte Telefonleitung gibt es nicht mehr. Wenn ihr da mal ein Stichwort braucht, das ist zum Beispiel POTS oder POTS, das heißt Blaine Old Telefon Service und damit ist eigentlich gemeint, dass man Kupferkabel zusammenschmeißt. Denn Modems waren einfach dafür gedacht, Töne über eine durchgängige Kupferleitung zu übertragen. Und das hier, also diese ganzen Stecker, ist einfach die Erweiterung der Kupferleitung. Also das ist wirklich simpelste Technik. Heute funktioniert das aber ein bisschen anders. Wir haben wie gesagt All-IP-Anschlüsse. Ich habe zum Beispiel einen Cable-Anschluss, da würde ich so ein Ding sowieso nicht reinkriegen. Und das Ganze läuft im Hintergrund natürlich alles digital ab, nämlich über Voice over IP. Aber Voice over IP ist ja auch dafür gedacht, Töne zu übertragen, im Prinzip wie die alten Telefonleitungen ja auch. Wir haben jetzt zwar eine Digitaltechnik dahinter liegen, aber wir übertragen immer noch Töne. Und das können wir uns ja mal zunutze machen und schauen, was wir damit anfangen können. So, wo kriege ich jetzt aber meinen Telefon-Provider her? Oder wie kann ich dieses Teil anschließen? Mal so gefragt. Naja, die Übersetzung zwischen diesen analogen Telefonen, die gibt es ja heute auch tatsächlich immer noch zu kaufen. Also ich kann immer noch bei Amazon ein Telefon kaufen, das mit einem TAE-Stecker daherkommt. Und deshalb gibt es auch noch Router, die genau solche TAE-Buchsen, ich sage mal, simulieren oder emulieren. Schauen wir mal hier unsere Fritz-Box an. Ich muss immer gucken, dass der Fokus scharf bleibt. So, die habe ich mal von ihren Kabeln entfernt. Hier haben wir einen Telefonanschluss. Wenn ich auf die Rückseite gehe, da haben wir auch einen Telefonanschluss. Die heißen alle Phone 1. Ich würde behaupten, die kann ich jetzt nicht doppelt belegen. Also ich kann nicht das da benutzen und das da zur gleichen Zeit, sondern das müsste ich dann immer, ja, entweder oder nutzen. Oder ich schließe zwei Sachen an und beide würden wahrscheinlich dann klingeln. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht, wenn man ein Modem und Telefon anschließen will. Und dann muss man halt schauen, welches man dann abnimmt. Gut, aber wir haben hier zum Beispiel diese TAE-Dose simuliert, emuliert, wie man es nennen möchte. Es ist eine Hardware-Dose und ich kann das Ganze hier einstecken. Und am anderen Ende kann jetzt das Modem eingesteckt werden. Also im Prinzip haben wir immer noch die Funktionalitäten, die wir vorher auch hatten. Das ist jetzt hier zwar eine DSL-Box. Tatsächlich habe ich ja gesagt, dass ich Kabel habe. Das heißt, die wird nur in meinen, ja, Fritzbox-Verbund eingeklinkt. Die kriegt tatsächlich ihr Internet aus dem LAN. Also die DSL-Buchse werde ich jetzt hier nicht benutzen. Gut, soviel dazu. Ich schließe die mal wieder an, dass die sich hochfahren kann. Dann würde ich doch mal sagen, wir fangen mit unserem Setup an und versuchen, dass wir die beiden Geräte, die hier stehen, miteinander telefonieren lassen. Da kommen wir aber schon zum ersten Problem, denn meine beiden Laptops, die ich hier stehen habe, sind relativ neue Bauart und deshalb haben die auch keinen analogen Anschluss mehr. Die haben weder ein integriertes Modem, noch haben die in RS-232 Anschluss. Also ich kann jetzt hier dieses Käbelchen in keinen von den beiden Reihen stecken. Gut, ich habe ja noch ein USB-Modem von US Robotics. Das funktioniert natürlich. Das kann ich einstecken und ja, das würde dann die wenigsten Probleme in dem Fall machen. Wir versuchen mal unser Glück. Ich nehme mal hier so eine kleine USB-Verlängerung, weil schön ist auch immer, man konnte damals auf den Geräten doch sehen, so ein bisschen was vor sich geht. Die haben nämlich alle so Statusleuchten und das ist auch schon aussagekräftig oder man sieht ein bisschen was. Das will ich euch jetzt nicht vorenthalten. Lämpchen sind hier. Ich versuche es mal so ein bisschen ins Bild zu stellen. Ja, das kann man, denke ich, erkennen. Das sind USB-Kabel weg. Dann würde ich doch sagen, hier habe ich mein Kabel und das schließe ich jetzt hier einfach direkt an. Was machen wir jetzt aber bei dem anderen? Wie gesagt, kriege ich jetzt diesen RS-232-Stecker hier sowieso nicht rein. Deshalb nehmen wir mal so einen kleinen USB-Auf-Serielladapter. Die habe ich tatsächlich, obwohl ich am Anfang gesagt habe, ich habe mit dieser Modem und einer Logtechnik relativ wenig zu tun gehabt. Aber ich war genau in dieser Umbruchszeit, wo es eben von diesem RS-232 auf USB ging und die habe ich tatsächlich sehr oft schon gesehen. Also einfach auf der einen Seite USB und auf der anderen Seite RS-232. Es wird also so ein COM-Port emuliert, würde ich jetzt mal so bezeichnen. Also das Ganze wird jetzt hier angeschlossen. Das ist jetzt der Stecker vom Modem. Der kommt einmal hier rein und damit kann ich das jetzt an jeden USB-Computer anschließen. So, das Modem selbst hat jetzt hier noch gar keinen Strom und hat auch noch kein Internet. Gut, ich habe eine zweite FRITZ!Box. Ich habe ja vorhin gesagt, man kann diese Ports halt nicht doppelt benutzen. Als erstes gebe ich dem mal Strom. Und das ist das Kabel aus der zweiten FRITZ!Box, auf dem ist auch eine Telefonnummer konfiguriert und das kann ich jetzt hier einfach reinstecken. So, jetzt haben wir also eine Telefonleitung simuliert. Ich sage simuliert, weil die FRITZ!Box simuliert nämlich auch ein paar Dinge, die eine Telefonleitung heute gar nicht mehr hat. Zum Beispiel ein Freizeichen. Modems erwarten in der Standardkonfiguration Freizeichen, sonst verweigern die erstmal ihren Dienst. Man kann da zwar rumstellen, aber so ganz grundsätzlich brauchen die erstmal ein Freizeichen. Das war das, wenn ihr früher euer Telefonhörer abgehoben habt und es hat gepiepst, das war das Freizeichen. Hier gibt es zum Beispiel auch eine Lampe, die nennt sich CD, die heißt Carrier Detect. Also wahrscheinlich, ob überhaupt irgendwas auf der Leitung läuft. So, ich schalte das Ganze mal ein und dann steht hier schon mal Power. Jetzt muss ich kurz mal überlegen, wie das ganze Setup jetzt angeordnet ist, weil ich jetzt einfach irgendwas verkabelt habe. Tatsächlich auf dieser älteren FRITZ!Box, auf der schwarzen, die hier steht, habe ich meine Nummer von ZipGate konfiguriert. Und die will ich anrufen und habe jetzt das Kabel von der FRITZ!Box, die hier im Bild ist, hier reingesteckt. Das heißt, ich will diesen Computer anrufen und deshalb muss ich jetzt erstmal hier auf den hier gehen und verbinde mich jetzt erstmal mit dem Modem. Bei Linux finde ich das Ganze ein bisschen fummelig. Man muss jetzt erstmal rausfinden, wo das Modem überhaupt verbunden ist und am besten mit Root arbeiten, weil sonst die Berechtigungen Probleme machen. Ich gehe mal ins Verzeichnis der Geräte und hier habe ich ja jetzt das Analoge angeschlossen. Das hat sich, glaube ich, das letzte Mal als ACM hier gemeldet. Mal schauen. Hm, das gibt es jetzt nicht mehr. Also irgendwie verstehe ich die Logik nicht. Ich habe es das letzte Mal umgekehrt gemacht. Jetzt habe ich hier ein TTY USB 0. Wir schauen mal, ob es jetzt ein ACM noch gibt. Nein, gibt es nicht. Also dann wird es wohl dieses TTY USB 0 hier sein. Was bedeutet TTY? Kennt ihr vielleicht von Putty oder sowas? TTY bedeutet Teletype, also Fernschreiber. Und daher kommt ja auch die Modem-Technik, hatte ich am Anfang schon gesagt. Wir wollen eigentlich nur Buchstaben über die Leitung übertragen. Gut, dann würde ich sagen, wir verbinden uns mal. Ich benutze dazu das Programm Screen. Ich gebe jetzt hier ein DEV TTY USB und hier hinten kommt jetzt, ich glaube, eine Bautrate hin. Ich glaube, das waren jetzt keine Bits, aber ich mag mich da täuschen. So, und ob die Verbindung geklappt hat, kann ich jetzt in dem Moment noch gar nicht sehen. Ich kann es ausprobieren, indem ich ein AT-Kommando absetze. Ich gebe hier ein AT, drücke Enter und jetzt kommt ein OK zurück. Und damit weiß ich, ich bin mit dem Modem tatsächlich verbunden. Man kann manchmal auch sehen, dass hier die Lämpchen leuchten, wenn ich Daten übertrage. Das sieht man aber, glaube ich, nur, wenn ich wirklich eine sehr langsame Bautrate einstelle. Können wir gleich mal machen. Ich gehe mal hier wieder raus. So, jetzt habe ich 300 Bit Baut, was auch immer, eingestellt und man sieht hier, dass es leuchtet, weil das eine Datenübertragung ist, was ich im Prinzip hier mache. Ich schicke jetzt diese Buchstaben ans Modem. Bringt uns jetzt hier noch nicht sonderlich viel. Ich gehe nochmal raus. Verbinde mich nochmal mit einer höheren Datenrate. Und jetzt würde ich doch mal sagen, wir rufen mal das andere Modem an. Das ist ja eine Nummer konfiguriert, eine ganz normale Voice-over-IP-Nummer. Die hat jeder Anschluss zu Hause, ist jetzt nichts Spannendes. Jeder, der irgendwie Festnetz heute hat, der hat eine Voice-over-IP-Nummer. Die kriege ich also entweder von meinem Provider oder kostenlos bei SIP-Gate. Und die würde ich jetzt mal anrufen. Wie machen wir das? Dazu gibt es dieses AT-Kommando-Set. So, und als erstes mache ich immer einmal AT-Z0. Das setzt in meinem Fall das Modem in den Werkszustand zurück, sodass jetzt meine ganzen Konfigurationen von vorher erst mal wieder gelöscht sind. Was ich auch immer mache, ist das Echo auf 1 zu setzen. Das heißt dann AT-E1. So sehe ich dann hier auch tatsächlich, was ich tippe. Sonst wird das gar nicht angezeigt. Was, glaube ich, auch eine gute Idee ist, ist AT-L0 zu machen. Das setzt den Lautsprecher auf ein relativ geringes Niveau. Sonst wird es relativ laut gleich beim Wellen. Und jetzt gebe ich mal die Nummer ein. Wie gebe ich die ein? Dazu gebe ich ein AT. Dann kommt DT. Und dann kommt halt die Telefonnummer. 0-0-4-9. So, das Zeichen kennt man vielleicht noch. Die Nummer gibt es wohl nicht. Also, nochmal. Jetzt gebe ich ein, genau, No-Carrier hat er schon gesagt. Ich kann jetzt auch sagen AT-H. AT-H, dann würde er nochmal auflegen, aber ist jetzt schon aufgelegt. Also nochmal, AT-DT. Ja, jetzt habe ich ein Bissi bekommen. Ja, dazu muss ich mich jetzt aber erst mal auf das Modem verbinden. Jetzt muss ich mir gucken, wie ich das am cleversten mit meiner Kamera hier mache. Gut, brauchen wir erst mal nicht. Ich verbinde mich jetzt hier auf das Modem. Gleiches Spielchen wie vorhin auch. Das ist jetzt der andere Computer. So, wenn ich jetzt hier ein LS-LTRA mache, dann sehe ich, dass es hier TTY ACM 0 gibt. Und das würde ich doch direkt mal ansprechen. Hier wieder den AT-Befehl absetzen. Man sieht nicht, dass ich schreibe. Das ist ja hier gerade der Kniff. Ich mache jetzt hier auch mal ein AT-Z0. Damit ist es wieder im Ausgangszustand. AT-E1 gibt mir wieder ein Echo zurück. Und im Prinzip bin ich jetzt empfangsbereit. Was jetzt auf der Kamera noch auffällt, ist, dass ich jetzt hier ein Power-Lämpchen anhabe. Das ist jetzt der Kniff, der dazu führt, dass ich überhaupt Anrufe annehmen kann. Vorhin hatte ich ja jetzt hier die Meldung BISSI. Ja, ist halt keiner rangegangen, weil, ja, war halt nichts aktiv hier auf dem Modem oder auf dem Kabel. So, ich könnte jetzt die Nummer nochmal eingeben, aber wir haben hier eine geniale Funktion, die ihrer Zeit weit voraus war. Nein, natürlich nicht. Aber ich kann hier einfach sagen Dial und sag L und das heißt, die letzte Nummer wird gewählt. Also das D-Kommando steht für Dial, L für die letzte Nummer. Und hier oben haben wir AT-DT. Dieses T kann entweder ein T oder ein P sein. Das eine ist Pulswahl und das andere Tonwahl. So, jetzt kriege ich hier wieder BISSI. Das ist natürlich schlecht und sollte jetzt so tatsächlich nicht sein. Ist das Kabel vielleicht falsch verbunden? Ich versuche es nochmal. Ich sage mal nichts dazu. Ich habe das Netzwerkkabel von der Fritzbox nicht mehr verbunden, weil ich ja vorhin euch die Fritzbox zeigen wollte. Und damit Voice-Over-IP funktioniert, muss die Fritzbox natürlich Internet haben. Von daher kein Wunder, dass hier nichts funktioniert hat. Mal schauen, wie schnell er das kapiert und sich anmeldet. Es funktioniert. Man sieht hier schon mal was. Man sieht hier, ich habe hier kurz gesehen, dass es klingt. Und hier steht jetzt Ring. Und ich sage mal A-T-A, das heißt Antworten. Das hat jetzt nicht funktioniert. Solche Situationen hatte ich tatsächlich jetzt schon öfters. An was das genau gelegen hat? Keine Ahnung. Wir versuchen es einfach nochmal. Wir haben hier wieder Ring. Okay. Und jetzt sage ich A-T-A und Enter. Das heißt eigentlich Anruf annehmen A für Answer. Und jetzt geht's. Wenn der leise wird, ist das immer ein ganz gutes Zeichen. Das heißt nämlich in der Regel, die Verbindung hat geklappt. Und wir sehen jetzt hier auf beiden Bildschirmen im Prinzip das gleiche. Da steht jetzt Connect. Und ja, ich glaube, das ist dann die Baut- oder Bitrate. Da bin ich noch nicht so ganz dahinter gestiegen, was da wann angezeigt wird. Und welche Standards beide unterstützen. Die haben das jetzt ausgehandelt. Jetzt habe ich einen Klassiker. Den hatte ich jetzt vorhin halt relativ schnell. Er sagt jetzt hier No Carrier. Und No Carrier heißt eigentlich, dass das andere Modem aufgelegt hat. Was hier aber gar nicht der Fall ist. Das dauert hier noch eine Sekunde und dann bekommt der auch die Meldung. Meine Vermutung ist, dass halt die Voice-over-IP-Kodex einfach ein Problem haben, das Ganze zu übertragen. Was können wir dagegen tun? Naja, wir können die Datenübertragungsrate, ob das jetzt Bit oder Baut ist, einfach zurücksetzen. Und damit über den bekannten nassen Schnürsenkel übertragen. Denn die ersten Möglichkeiten, Daten zu übertragen, waren relativ resilient gegen Anfälle in der Leitung. Und das sind die heute auch noch. Also ich habe vorhin 44 Minuten lang eine Verbindung offen halten können. Dazu eignet sich jetzt dieses USB-Modem aber so ein bisschen besser. Deshalb vertausche ich jetzt gerade mal die Enden hier. Damit ich das andere Modem anrufen kann. Ich kann nämlich hier viel besser die Bautrate zurücksetzen. Zumindest beim Bell 103 Standard sprechen wir dann wirklich von 300 Baut. Nicht von Bit. Wobei das in dem Fall sogar identisch wäre. So, einmal die Kabel ändern. Und damit muss ich jetzt halt von hier aus wählen. Ich habe mir auch schon ein Kommando bereitgelegt, mit dem ich das Ganze machen kann. So, das ist mein Kommando. Damit setze ich die ganzen Übertragungsraten auf den Bell 103 Standard. Habe ich mir jetzt rauskoppelt. Mal schauen, ob ich das unfallfreie reinbekomme. Sieht gut aus. Okay, er sagt okay. Und dann würde ich sagen, wir rufen mal das andere Modem an. AT, DT. Kopieren hier mal die Nummer rein. Und schauen mal, was passiert. Bisschen schade, bei diesem USB-Genossen hier hört man gar nichts mehr. Bei dem anderen sehe ich jetzt aber wie vorhin auch Ring Ring. Und dann sage ich ja, mal antworten bitte. Was jetzt hier wirklich cool war, man hört schon, dass der ganze Handshake ein anderer ist. So, und jetzt habe ich hier tatsächlich eine 300 Bautverbindung aufgebaut. Das ist ultra langsam für heutige Verhältnisse. Trotzdem kann man damit ganz gut Text übertragen. Hier werden immer so komische Steuerzeichen angezeigt. Ich bin nun nicht dahinter gestiegen, warum, ob das jetzt auch mit meiner Voice-over-IP-Leitung zu tun hat. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich Buchstaben übertragen kann. Ich drücke mal hier in A. Also linke Seite drücke ich Buchstaben. Die kommen hier auf der rechten Seite an. Und genau das war halt ein Fernschreiber. Es gibt hier bei dieser Methode auch keine Fehlerkorrektur oder sowas. Der linke Computer oder das linke Modem weiß jetzt überhaupt nicht, was auf dem anderen ankommt. Wenn es Störungen in der Leitung gibt, kommt halt gar nichts an, im Zweifel. Ich sehe auch gar nicht, was ich hier schreibe auf dem anderen. Kann man, glaube ich, mit den AT-Befehlen auch noch einstellen, dass man es auch noch sieht. Aber man sieht, es werden hier Zeichen übertragen. Ich tippe jetzt mal ganz schnell. Und dann merkt man, dass der dann doch ein bisschen hinterherhinkt und die Übertragung so ein bisschen zeitversetzt ist. Das geht natürlich auch in die andere Richtung. Wenn ich jetzt hier anfange zu tippen, sehe ich jetzt hier nichts. Sehe dann hier aber auf dem anderen Bildschirm, dass eben was übertragen wird. Ja, und das war wirklich die ursprüngliche Funktion von Modems. Man hat zwei Geräte und in der Regel zwei Fernschreiber miteinander verbunden. Und da wurden noch auf dem Blatt Papier die Buchstaben ausgedrückt. Und ich finde es einfach super, dass das heute noch geht auf diesen ganz modernen Modems. Also das sind so die letzten ihrer Art, die verkauft wurden. Beziehungsweise das wird ja heute noch relativ teuer bei Amazon verkauft, dieses USB-Modem. Weil man damit zum Beispiel noch faxen kann. Ein Faxmodem ist das ja auch. Also auch damit könnte ich jetzt faxen. Und beim Faxen habe ich ja auch den Effekt, dass ich im Prinzip zwei Geräte, wenn man so will, sind Fax auch ein Fernschreiber. Aber ich verbinde da zwei Geräte miteinander. Ein Fax ist jetzt nicht wirklich ein Fernschreiber, weil keine Buchstaben übertragen werden. Sondern da werden einfach Bilder ausgetauscht. Ich glaube das TIFF-Format, TIFF-G3 in die Richtung geht das. Das wird bei Faxen ausgetauscht. So und diese Verbindung kann ich jetzt offen lassen. Ich habe eine Festnetz-Flatrate. Ich bezahle jetzt hier für die Verbindung nichts und kann das jetzt ewig offen lassen. So und jetzt seid ihr dran. Welche Erfahrungen habt ihr in der damaligen Zeit mit Modems gemacht? Wenn jemand unter euch ist, der das wirklich mal selbst miterlebt hat, der kann sich gerne bei mir mal melden. Oder der sich hier auskennt, was beitragen will oder eine Idee für weitere Videos mit dieser wirklich tollen Technik hat. Meldet euch ruhig mal bei mir. Mir fehlt da so ein bisschen die Expertise. Wir können auch gerne mal telefonieren und ihr könnt mir ein bisschen was dazu erzählen. Würde mich wirklich interessieren. Ich bin auf jeden Fall fasziniert. Das Video hat mich jetzt hier zwei Tage Recherche und ganz viele Piepstöne gekostet, bis hier zum Beispiel so eine BAUT 300 Übertragung mal zustande gekommen ist. Bemerkenswert ist auch, dass diese AT-Kommandos von Hersteller zu Hersteller und Modem zu Modem unterschiedlich sind. Zum Beispiel diese Limitierung auf BELL 103. Das ist übrigens ein Protokoll aus den 60er Jahren. Das konnte ich jetzt nur mit diesem hier machen. Von diesem aus hätte ich das nicht machen können. Auch noch ein Kommando, das hier erwähnenswert ist, ist das 3x+. Das tippe ich mal auf einer Seite. Und dann sagt er hier, okay, jetzt kann ich wieder AT-Kommandos absetzen und die werden nicht übertragen. Und wenn ich aus diesem AT-Kommandomodus raus will, dann muss ich tippen ATO, glaube ich. Und okay. Und jetzt bin ich wieder zu dem normalen Modem verbunden, kann wieder Buchstaben schreiben und das kommt dann hier drüben an. Ich habe zum Beispiel auch noch nicht herausgefunden, wie ich eine neue Zeile machen kann. Also Enter funktioniert nicht. Keine Ahnung. Vielleicht hat der eine oder andere da noch eine Idee für mich, wie ich das hier ein bisschen besser nutzen kann. Also eine neue Zeile ist gut. Der fängt dann wieder von vorne an, wenn ich Enter drücke und fängt dann an, das alte zu überschreiben. Könnte jetzt natürlich auch einfach daran liegen, dass das Ganze dann wahrscheinlich beim Teletype, also beim Fernschreiber, eine neue Zeile wirklich auf dem Papier macht. Und ja, nicht wie hier dann wieder von vorne anfängt. Carriage Return ist, glaube ich, hier das richtige Stichwort. Ich hoffe, ihr habt was gelernt bei diesem Video. Wenn ihr mal in Bletchley Park seid, auf jeden Fall ins Computermuseum gehen. Und falls ihr wirklich hier noch Ahnung habt von den ganzen AT-Kommandos, von Modems an sich, dann tretet mal mit mir in Kontakt. Mich würden hier so einige Dinge interessieren, die ich nicht mehr herausfinden oder recherchieren konnte oder die ich einfach nicht verstehe. Ich finde es eine wahnsinnige Technik, weil man halt damals einfach die Telefonleitung nur gesehen hat und hat sich gedacht, ja, wie können wir das jetzt für Fernschreiber nutzen und hat dann Töne in einfachster Weise moduliert. Damals war das wahrscheinlich nicht die einfachste Weise, aber es waren so die ersten Gehversuche, Daten zu übertragen über die Telefonleitung. Heute ist das Ganze natürlich ein bisschen anders, aber ich finde das doch eine ganz spannende Geschichte zu sehen, dass diese Modems eigentlich gar nicht ursprünglich dafür gedacht waren, ins Internet zu gehen, sondern wirklich einfach nur Buchstaben von A nach B zu übertragen. Und auch interessant zu sehen, dass das mit Voice-Over-IP im Prinzip immer noch geht. An der Stelle sage ich dann danke fürs Zuschauen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, damit ihr keine spannenden Videos mehr über die Modem-Technik verpasst und ein Daumen nach oben wäre natürlich auch schön.